So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, eine kleine Infofolge, was auch immer. Ich habe nämlich letztens einen Kommentar gesehen vom Nyklos. Den Nyklos, den habe ich das erste Mal beim Gewinnspiel gelesen. Habe ich gesagt, Nyklos, was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Jetzt habe ich gesehen, den Nyklos, der hat ja in der letzten Zeit ein bisschen Kommentare geschrieben. Scheint aber trotzdem neu auf dem Kanal zu sein. Und er hat vor einem Tag, als ich das aufgenommen habe, gefragt. Moin Ramses, welche Seite benutzt du, um die besten Pokémon für jeden Typ zu sehen? Meine Antwort war, mein Kopf. Habe da noch nie geschaut im Netz, aber habe mal für dich gegoogelt. Was ihr übrigens auch selbst tun könntet, wenn ihr wirklich selber auch mal was wissen wollt. Und ich gerade nicht da bin. Außerdem weiß ich ja eh nichts. Ich muss ja selber googeln. Und die zwei Seiten auf Anhieb gefunden. Und jetzt habe ich eine Seite von MeinMMO rausgesucht und eine von pokefans.net. Und die habe ich ihm geschrieben und die möchte ich euch jetzt auch mal hier drauf machen. Und dann möchte ich gleichzeitig auch mal meinen Bildschirm vom Handy hier drauf machen. Und gleichzeitig möchte ich natürlich noch unser iSkorpions Maskottchen hier einblenden. Die besten Angreifer jedes Pokémon-Typs in Pokémon GO. Habe ich gedacht, wir können ja einfach mal eine ganze Folge darüber machen, weil ich selber gar nicht weiß, welches die besten Angreifer sind und sich da immer mal wieder was tut. Und gleichzeitig möchte ich dann nachgucken, ob ich den besten Angreifer auch habe. Und wie gut und überhaupt und sonst was. Hier sind diese einzelnen Typen aufgelistet. Die kann man alle andrücken. Hier ist auch nochmal eine Erklärung, weil wenn ihr den Typ dann seht und wenn ihr die Pokémon seht, da ist immer dahinter ein Bällchen. Ein grünes, ein gelbes, ein rotes. Das grüne heißt stark offensiv und defensiv. Gelb ist ein Allrounder und rot sind die Glaskanonen und schwächere Pokémon. Die können trotzdem der beste Angreifer von dem Typ sein, aber halten halt einfach gar nichts aus und sind dann komplett weg direkt. Ich will das mit euch jetzt kurz mal durchgehen und das erste, was hier steht, ist normal. Wenn wir auf normal drücken, sehen wir jetzt hier auf Platz 1 Krypto Porygon Z. Scheint eine Glaskanone zu sein, hat einen roten Punkt. Ich glaube, ich habe aber gar keinen, also Porygon als Krypto. Ich habe hier, ich habe einen Hunderter, ich habe ein paar Shinies. Na gut, Porygon Z ist sowieso ganz oben. Ich habe Shiny, ich habe einen Hunderter, aber ich habe keinen Krypto Porygon Z. Also Angreifer normal. Habe ich schon mal nicht den Top-Angreifer. Ich habe bisher alle Krypto Porygons immer weggehauen. Was ich aber hätte, wäre Riggigigas. Und wenn wir mal Riggigigas eingeben, der ist zwar erst auf Platz 3, aber mit Kraftreserve und Gigastoß wäre der auf jeden Fall sehr brutal. Der hat jetzt hier 10 Kopfstoß. Wir können das ja auch gleich mal anpassen und hier mal umändern. So, jetzt hat er Kraftreserve. Gigastoß habe ich wenigstens Platz 3 von Typ Pokémon normal. Riggigigas. Gehen wir direkt weiter zu Feuer. Was haben wir hier beim Typ Feuer? Hier steht Mega-Klurak Y ganz oben dran. Da geben wir einfach mal Klurak ein. Es wird fast überall so sein, dass wahrscheinlich die Mega-Pokémon sowieso auf Platz 1 sind. Also entweder Mega-Pokémon oder Krypto-Varianten. Beim Typ Feuer, Mega-Klurak ist immer noch das allerbeste und heftigste, was ihr haben könnt. Das entwickle ich dann immer. Steht hier dabei. Mega-Klurak Y mit Feuer, Wirbel, Lohe-Kanonade. Ich habe Feuer, Wirbel, Lohe-Kanonade drauf. Habe die auch schon mal entwickelt zu X und zu Y. Da bin ich also gut aufgerüstet. Feuer passt. Wasser. Wasserplatz 1 haben wir Mega-Turtog hier stehen. Gehen wir also gleich mal Turog ein. Da haben wir auch eins, was ich immer zu Mega-Pokémon mache. Seht ihr ja im Hintergrund, dass es schon mal entwickelt war. Ist auch ein 100er, ist auch auf Level 50. Hat Aquaknarre, Aquahaubitze. Was soll es haben? Aquaknarre, Aquaknarre, Aquahaubitze. Wäre auch der Top-Wasserangreifer. Das passt auch. Doch, ja normal ist halt jetzt nicht so wichtig. Wann braucht man schon mal normal? Gehen wir also weiter zu Pflanze. Mega-Bisa-Flora. Das heißt, alle drei Stater aus der Kando-Region sind auf jeden Fall richtig nützlich. Bisa-Flora haben wir hier auch eins auf Level 50, was auch die Mega-Entwicklung mal hatte. Rankenhieb, Flora-Statue, 100%. Steht auch unten mit bei. Rankenhieb, Flora-Statue sind die Attacken. Auch hier sind wir gut aufgestellt. Elektro. Jetzt kommt Pikachu, pass auf. Elektro. Mega-Voltenso. Okay. Ist ja so krass. Ich hättet jetzt hier auf Seg-Raum oder sowas. Jetzt wollte ich Seg-Raum eingeben. Nein, wir gucken natürlich nach Voltenso. Hier haben wir auch ein fettes Volto-Loss, aber wir müssen nach Voltenso gucken. Da kann ich nämlich auch gleich mal gucken, ob die Attacken passen. Mega-Voltenso. Ist ja am Start. Hat eine Mega-Entwicklung. Level 50. Donnerzahn. Stromstoß. Beide Attacken sind drauf. Kann ich so lassen. Ich orientiere mich jetzt hier. Ihr seht, danach wird ein lauter Krypto, 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 Krypto. Und auf Platz 11 ist erst das Volto-Loss in Tiergeistform. Na gut. Haben wir den auf jeden Fall auch hier gefunden. Das passt. Wir haben auch wieder Platz 1. Eis. Galaflampivian. Okay. Ich hätt jetzt bei Eis eigentlich mit Krypto-Mammudel direkt gerechnet. Flampivian. Galaflampivian auf Platz 1. Mit Eiszahn und Lawine. Unserer hat auch Eiszahn und Lawine. Unserer ist auch Level 50. Ist auch ein 100%. Also bisher haben wir wirklich alles erfüllt. Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Eis. Alles abgedeckt. Normal. Habert es ein bisschen. Aber wenigstens 100% Rege Gigas. Platz 3. Das ist doch auch gut. Den können wir auch also so lassen. Und es geht weiter mit Kampf. Ähm. Was ist gut bei Kampf? Macho Mai. Krypto Macho Mai. Es gibt nichts was besser ist als Macho Mai. Oder? Krypto Macho Mai. Platz 1. 100%. Genau. Steht ganz oben. Lucario ist auch gut. Krypto Simsela wird sogar aufgelistet mit Konda und Fokusstoß. Gucken wir mal nach Macho Mai. Da haben wir jetzt natürlich Probleme. Ich habe hier. Wieso heißt der denn? Kesto? Stehe ich nicht. Ich habe hier auf jeden Fall einen 100er. Auf Level 50. Mit Konda Wuchtschlag. Wie es sein soll. Wir brauchen aber ein Krypto. Was ist ein Krypto? Hier haben wir ein Krypto. Dieses hat Konda Wuchtschlag. Ist auch auf Level 50. Ist aber kein 100er. Ist aber ein 98er. Da sind wir also eigentlich auch gut aufgestellt. Sage ich mal. Gehen wir auch direkt weiter von Kampf zu Gift. Mega B-Bor. Das dürfte wieder einfach sein. Wenn wir einfach B-Bor eingeben. B-Bor. Den haben wir auf Level 50. Den haben wir als 100% Megaentwicklung. Der braucht aber Gift, Hieb und Matschbombe. Ich benutze ihn ja eigentlich eh für nichts. Und wenn du den wirklich mal nutzt. Nutze den ja eigentlich als Giftangreifer. Also Gift, Hieb, Matschbombe. Warum hat er Plage? Weiß ich nicht. Ist eh Mist. Also zack. Gift, Hieb, Matschbombe. Schon hat er zwei saftige Attacken. Als nächstes kämen Krypto. Satz 10. Ja, habe ich wahrscheinlich auch wieder nicht. Danach kommt Endynalos. Den gibt es noch nicht mal bei uns. Ist aber hiermit aufgelistet. Also Gift haben wir auch abgedeckt. Boden. Demeteros in der Tiergeistform sogar. Ich hätte jetzt irgendwo mit Knackrag gerechnet. Viel weit oben. Aber vor Knackrag ist sogar noch Stalobor. Groudon. Nochmal Stalobor. Krypto Marmuth. Und dann Demeteros auf Platz 1. Da sind wir wieder gut dabei. Wir haben wieder ein 100er auf Level 50. Lehmschuss Erdbeben ist auch dabei. Also wir haben den besten Condor. Auch auf dem besten Level. Mit den besten IV. Gehen wir direkt weiter zu Flug. Mega Tauboss. Okay. Wieder ein Mega Pokémon. Tauboss. Drücken wir mal drauf. Haben wir hier. 100er. Level 50. Windstoß. Sturzflug. Ist auch drauf. Ist gemaxed. Passt. Ist 100%. Ist das Beste laut der Liste. Ich weiß nicht wie alt die Liste ist. Ich denke mal die halten das immer sehr aktuell. Das ist ja kein Artikel. Das sind ja Listen die immer wieder aktualisiert werden. Psycho. Krypto Mewtwo. Boah. Das normale Mewtwo ist auf Platz 7. Jetzt muss ich erst mal Mewtwo eingeben. Weil wir das ja eh brauchen. Ich hab hier ein Jochen. Das ist ein normales. Das normale wird hier aufgelistet mit Konfusion Psycho Stoß. Tja. Ich hab Psycho Stoß. Ich mach mal Konfusion noch hin. Ich mein. Bei dem ist es wieder egal. Oder? Ich glaub das hat wieder mit. In der GBL ist das manchmal besser. In Raids ist das manchmal besser. Obwohl. Also Mewtwo. Das ist schlecht. Ist zwar ein 100er auf Level 50. Aber hier erst Platz 7. Krypto Simsala ist besser. Und dann kommen die ganzen anderen Krypto Mewtos. Mewtos. Mit Psychoklinge Psychokinese. Konfusion Psychokinese. Psychoklinge Psycho Stoß. Konfusion Psycho Stoß. Ich hab hier dieses am weitesten hochgezogen. Das hat bei mir hier Konfusion und Eisstrahl. Und ein Psycho Stoß unten drunter. Das wäre also dann das Beste. Das wäre auch was. Was man vielleicht auch nochmal maxen könnte. Ein Krypto Mewtwo auf jeden Fall. Ähm. Ja. Platz 1. Habe ich auf jeden Fall auch dabei. Ein Krypto Mewtwo. Mit den besten Attacken. Käfer. Mega B-Boys. Gehe ich zurück und. Ändere die Attacken nochmal. Was haben wir sonst noch? Krypto Pinsier. Steht hier unten. Ja. Dass wir ein Mega B-Boys haben. Das wisst ihr ja. Da muss man ja jetzt nicht reingucken. Pinsier habe ich wahrscheinlich kein Krypto. Nein. Ich habe nur hier ein normales Pissen hier. Äh. Nicht der Rede wert. Wenn es sein muss. Kann man ja bei Mega B-Boys das mal ändern. Ansonsten wisst ihr ja. Wir haben den Mega B-Boys. Den haben wir euch gezeigt. Gehen wir also direkt zu Gestein. Und haben hier bei Gestein. Rameidon. Der ist sogar noch heftiger. Als Krypto Despotar. Warum? Achso. Jetzt wollte ich sagen. Wieso ist da noch kein Mega Despotar drin? Aber gibt es ja noch nicht. Aber wieso war Endonados in der Liste? Den gibt es ja auch noch nicht. Verstehe ich nicht. Ist Mega Despotar da dann nicht noch besser als Rameidon? Egal. Wir gucken mal nach Rameidon. Rameidon. Dann haben wir hier 100% Level 50 Katapult. Steinhagel ist am Start. Wir haben also auch den besten Gesteinsangreifer. Gucken wir mal nach Geist. Mega Gengar. Das ist sehr schön. Den feiere ich nämlich auch mega. Gengar haben wir hier. Den haben wir schon mal entwickelt. Dunkelklaue, Spukbar. Wir haben Dunkelklaue, Finsterfaust, Matschbombe. Dunkelklaue, Finsterfaust. Wer jetzt so wie er ist auf Platz 4 mit 82%, Spukbar wäre besser. Ist Matschbombe? Brauchen wir Finsterfaust? Braucht man nicht, oder? Was habe ich denn hier als zweites? Der hat Dunkelklaue, Spukbar. Okay, der hätte eigentlich der Dunkelklaue, Finsterfaust. Ja, wir haben ihn noch hier. Ich glaube, ich werde Finsterfaust. Jetzt drehen alle durch. Finsterfaust wegmachen. Ich werde Spukbar ranmachen. Der kann doch sicherlich Spukbar. Nein, ich mache es nicht. Finsterfaust. Ah, Finsterfaust kann nicht neu erlernt werden. Ich glaube, ich mache doch Matschbombe weg. Jetzt steht es bei Matschbombe auch. Ne, bei Matschbombe steht nichts. Okay. Äh, machen wir mal durch, bis wir Spukbar noch drauf haben. Hallo, Bruder. Gib uns. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. So, Dunkelklaue, Spukbar. Auf der anderen Seite braucht man Finsterfaust dann überhaupt? Eigentlich nicht, oder? Wenn Spukbar sowieso das Beste ist zum Angreifen. Da bin ich mal auf das Feedback von der Community gespannt. Wäre es sinnvoller, einfach nur Dunkelklaue, Spukbar drauf zu haben. So, ich kämpfe eh meistens nur in Raids oder kann Finsterfaust was. Oder braucht man das? Braucht man das nicht? Ich lasse jetzt Dunkelklaue, Spukbar. Wenn ich dann Matschbombe mal bräuchte, weil ich Gift brauche, könnte ich ja theoretisch Spukbar wieder rausnehmen und zwischen den zwei hin und her wechseln. Aber ich könnte auch, wenn ich Gift brauche, eigentlich meinen Mega-Bibor nehmen. Lassen Sie es jetzt erstmal so. Ich höre auf euer Feedback. Geist ist auf jeden Fall auch hier am Start. Kommen wir mal zu Drache. Drache haben wir jetzt hier auf Platz 1. Krypto Brutalanda. Brutalanda. Wir haben auf jeden Fall ein 100er auf 50. Drachenrude, Drago, Meteor ist am Start. Wir brauchen aber ein Krypto. Haben wir ein Krypto? Wir haben hier ein Shiny-Krypto. Wir haben ein anderes Krypto. Hydro-Pumpe, Drago, Meteor. Was war denn bei dem Drago, Meteor? Drago, Meteor war doch, glaube ich... Man kann... Hier, ich bewährte erstmal. Ich muss mir mal die IV angucken. Schlecht, besser. Der ist gut. Ich würde bei dem vielleicht das mal umändern noch auf Drachenrude und, ähm... Drago, Meteor, oder war Drago, Meteor die Seaday-Attacke? So, Drachenrude hat er auf jeden Fall. Bei Drago, Meteor war, glaube ich, bei Drago, Ron die Seaday-Attacke. Und der konnte das gar nicht. Was hat der denn dann? Dann war doch Wutanfall. Wutanfall war die Seaday-Attacke, glaube ich. Also, müsste er normal Drago, Meteor kriegen. Ich... Werd' ja einfach nur mal würfeln können. Dann hätte ich ja gesehen, was er kriegt. Weil eine von beiden muss er ja kriegen. Können ja nicht beide Seaday-Attacken gewesen sein. So, Drago, Meteor, also der Drachenrude, Drago, Meteor, laut dieser Liste, ist er dann 5% besser. Ähm... Joa... Können wir mal den maxen auf 4.224? Wollen wir das mal machen in diesem Video? Und dann habe ich keine Bonbons mehr. Ne, mal gucken, vielleicht kann man den ja irgendwann mal einsetzen. Wir können ihn ja mal pushen, bis wir keine XL-Bonbons brauchen. So, dass wir von den XL noch nichts verbrauchen, aber erstmal den auf Level 40 haben. Machen wir den erstmal trotzdem so auf 3.736. Da fällt er auf jeden Fall schon mal auf. Ist nämlich jetzt... Joa... Hier irgendwo. Angesiedelt. So, Drache. Mann, das ist aber kompliziert. Krypto-Tragoran, wer dahinter? Kyurem-Schwarz. Kyurem-Schwarz ist auch aufgelistet schon. Und ist trotzdem so weit hinten auf Platz 5. Das wundert mich, das wundert mich. Unlicht. Krypto-Sniebuna. Sieht aus wie eine Glaskanone. Genau. Mega-Hundemon. Da will ich mal kurz... So, Mega-Hundemon. Haben wir hier auf Standbau-Geknirscher. Da wäre wahrscheinlich Schmarotzer besser. Das tauschen wir mal aus. Standbau-Geknirscher, Schmarotzer. Jetzt habe ich halt einfach alles. Krypto-Sniebuna. Habe ich überhaupt einen Snebuna? Snebuna. So. Puh. Da oben ist ein normales. Und das einzigste, was Krypto ist, ist wahrscheinlich hier das dann. Mit schlechten EV, glaube ich. Ja. Okay, die zwei sind auch schlecht. Von den EV her, denke ich mal. Aha, das würde ich jetzt wahrscheinlich so lassen. Wir können aber hier nochmal nach den Attacken gucken. Standpauke, Schmarotzer. Auch da mache ich mal hier Standpauke noch weg. Obwohl es eigentlich sinnlos ist. Es ist ja kein Krypto. Also zählt es ja nicht. Also wäre bei mir Mega-Hundemon. Habe ich zumindest den zweiten mit 99%. Und der hat auch grün. Das heißt, eigentlich wäre das wohl doch sinnvoller. Mega-Hundemon. Der ist auf 50 schon. Der hat gute EV. Der ist ganz oben. Können wir so lassen. Zwei haben wir noch. Ich habe mein eigenes Konzept kaputt gemacht. Am Anfang war ich Platz 3 bei Normal. Jetzt bin ich hier bei Unlicht. Habe ich wenigstens Platz 2 mitgenommen. Bei Drache. Zählt das? Ja, das zählt. Komm, das zählt. Wir haben das ja auf 40 gezogen. Steht ja nicht da, dass es Level 50 immer sein muss. Äh, Stahl. Kryptometagross. Und normale Metagross. Da kann ich sogar nur Metagross eingeben. Und habe dann die Ehre. Hier ist auf jeden Fall ein 100er auf 50. Patronenhieb, Sternenhieb. Passt. Da, da, da. Und dann haben wir hier eins mit Patronenhieb, Sternenhieb. Passt auch. Ist auch auf 50. Also ist eigentlich fett. Hat nicht so gute Werte. Wie viel hat der? Der sieht eigentlich besser aus. Haben wir noch was anderes? Nee. Na gut, den lasse ich erstmal so. Da ist trotzdem Topangreifer auf 50. Was will man mehr mit Patronenhieb, Sternenhieb? Und wir kommen noch zum Typ Fee. Und Fee haben wir Krypto Gardevoir aufgelistet. Da bin ich gespannt. Das habe ich wahrscheinlich auch wieder nicht. Den schreibt man wieder so komisch. Gua... Guave. Guavensaft. Ja, aber auf jeden Fall normalen. Charme Zauberschein ist drauf. So, Krypto. Hier ist ein Krypto davon. Wie viel hat der? 690. Der ist an sich auch gut. Konfusion. Nee, Charme Zauberschein braucht man. Tauschen wir mal aus. So, so, so. Charme Zauberschwein. Ja, ja. Nee, Frustration kannst du nicht. Machst du eine neue Attacke. Mir jetzt egal. Bevor ich es vergesse. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was er hat. Er hat doch schon Zauberschein. Jetzt wollte ich Zauberschein nochmal wegmachen. Den. Den können wir aber jetzt power up und da haben wir, glaube ich, genügend. So, den ziehen wir jetzt einfach mal hoch, dass wir hier auch den besten Fee-Angreifer haben. Das ist jetzt hier Hashtag. Äh, Hashtags. Tag. Nicht Hashtag. Nur Tag dran machen. Der ist jetzt auch 50. Und ist Krypto. Der ist jedoch gut aus. Der ist neu jetzt in der Sammlung drin. Aber kein Hunder da. Ansonsten waren das jetzt alle Typen. Und ich glaube, ich werde euch dann dieses, den Link, wenn ich es nicht vergesse, vielleicht mal mit in die Beschreibung packen. Ansonsten googelt halt wie ich oder sucht euch den Kommentar oder sonst was. Rangliste aller Angreifer nach Typ geordnet von der pogefans.net-Seite. Ist immer wieder eine coole Seite, eine gute Anlaufstelle für alles Mögliche, was man so braucht. Das kann ich jetzt hier auch wieder lösen. Da ist das nämlich weg. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Danke für Nyklos. Jetzt muss ich nochmal schauen. Danke, Nyklos, für die Idee, für dieses Video, dass wir gemeinsam nochmal darüber schauen und ich auch meine eigenen Kenntnisse auch ein bisschen auffrischen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch die Top-Angreifer? Wo fehlt euch was? Wo ist ja nur Platz? Irgendwas? Oder, ja. Stimmt ihr mir die Liste überein? Ist die aktuell? Seht ihr das genauso? Hätet ihr andere Vorschläge? Dann macht das mit den pogefans.net-Leuten aus. Das war es von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.